Und hier ist sie wieder, die 10 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. Herzlich willkommen zu unserer 10 Euro Überraschungsshow. Schön, dass Sie mit dabei sind und ich weiß, dass viele von Ihnen speziell auf diesen Moment gewartet haben. Wir haben beide keinen blassen Schimmer, was auf uns zukommt. Sie wahrscheinlich auch nicht. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Was wir wissen, ist, jeder Artikel kostet gerade mal 10 Euro und es ist immer wieder ein Highlight dabei zu sein. Ja, mit Sicherheit. Wenn Sie Diana vermissen, die ist in ihrem wohlverdienten Urlaub. Aber hier steht Christen und die wartet auf ihren Einsatz und den bringen wir jetzt. Und ganz wichtig, hier ist der Buzzer, ganz wichtig ist, wenn wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt auch bis zu fünfmal bestellen. Und ich bin gespannt, wohin die Produktreise heute geht. Es fängt auf jeden Fall mal gelb an. Ja, ein gelber Karton, ein goldener Umschlag, das verspricht ein Highlight zu werden. Lassen Sie es gucken. Wir haben hier eine Campinglaterne mit einem Akku. Oh ja, oh ja, das ist mal ein sehr, sehr effektiver Artikel. Sehr schön darüber hinaus. Eine 3 in 1 LED Akku-Campinglaterne mit Deckenlicht und eingebauter Powerbank mit 3600 mAh. Also das ist nochmal eine extra Energiereserve fürs Handy. Das heißt, Licht und Handy aufladen ist natürlich eine ganz, ganz coole Geschichte. Und die sieht richtig gut aus, sogar noch mit Farbwechsel. Ja, und ich sehe gerade, die hat auch Rot und Blinklicht und Weiß. Das, was wir jetzt gerade sehen bei Christen, ist in drei Helligkeiten dimmbar. Also das ist natürlich optimal, weil es gibt mal die Momente, wo du helleres Licht brauchst. Oder dann eben auch mal etwas dunkleres Licht. Und da braucht man nur aufs Knöpfchen zu drücken. Christen, wie es ist? Push the Button, Knopf drücken und jetzt, ja. What? Genau, alles da, rot blinkend. Dann natürlich die Ausschaltung. Aber das ist natürlich klasse hier. Schauen Sie mal. Und so schön hier, ganz hell. Da findet man auch jeden Weg. Und sanitäre Anlagen sind oftmals ein bisschen weit weg auf dem Campingplatz. Und dann kannst du das hier mitnehmen, um den Weg zu leuchten zu den Toiletten. Aber eben, wenn es mal ein bisschen gemütlicher werden soll. Und dann die Aufhängung hier finde ich auch schön. Das kannst du überall hinhängen. Viele haben ja so ein Vorzelt ins Gestänge rein oder ganz einfach auf den Tisch stellen. Und dieses Rot und Rot blinken, das finde ich natürlich auch stimmungsvoll, muss ich sagen. Aber wäre jetzt, wenn man zum Beispiel auf dem Weg zum Campingplatz ist und hätte eine Autopanne, wäre das auch ein schöner Zusatz zum natürlich zum Warnblinklicht. Ja, das fällt ganz einfach auf. Also das siehst du gerade in der Dämmerung, gerade in der Dunkelheit auf viele Meter in der Entfernung her. Sehr, sehr schön gemacht. Ist natürlich dann entsprechend auch Wind und Wetter geschützt. Hat einen schönen, ordentlichen Akku drin. Braucht man natürlich auch, um per USB ganz einfach das Handy wieder aufzuladen. Wiegt nicht allzu viel, keine 500 Gramm. Also eine richtig schöne Geschichte. Ist natürlich auch mal eine schöne Deko-Variante. Mal zu Hause für den heimischen Garten oder auch mal für den heimischen Balkon. Finde ich sehr, sehr schön gemacht und sieht relativ robust aus. Die kann da mal runterfallen und das gleich was kaputt geht. Ja, genau. Also die ist sehr, sehr gut gummiert. Aber was ich auch noch wichtig finde ist, und das haben wir jetzt gerade ein bisschen vernachlässigt, da ist ein Ersatz-Power drin. Da ist also eine Powerbank drin. Und wenn dir wirklich mal der Akku leer geht vom Handy, kannst du dir hier die Notreserve holen. Du sagst mir bitte noch, wie viele Milliampere-Stunden. 3.600 Milliampere-Stunden. Boah, das reicht ja komplett zum Aufladen. Ja, du kriegst da einen Akku mal einmal komplett hochgeladen. Die Bestellnummer für unsere Lunatec Camping-Laterne mit Akku ist die NX9104 und die 569. Bestellnummer ist die NX9104 und die 569. Kostet jetzt aktuell bei Pearl knapp 18 Euro. Sie bekommen sie hier in der 10-Euro-Berraschungs-Show für gerade mal 10 Euro. Das heißt, reichlich Geld gespart und einen richtig schönen Artikel bestellt. Bis zu fünfmal dürfen Sie bei diesem Artikel gerne zugreifen. Das heißt, vielleicht auch mal ein zweites oder ein drittes Modell für Camping und Outdoor. Genau das, auf was Sie gewartet haben. Sehr, sehr schöner Einstieg, finde ich. Gerade jetzt in die Outdoor-Saison kann man so etwas hervorragend gebrauchen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dann lass uns buzzern, dann schauen wir gerade mal. Aber gerade jetzt sind in einigen Bundesländern schon die großen Tieren losgegangen. Ja, Schluss ist losgegangen. Das heißt, es ist ein Saisonartikel und den jetzt hier in der 10-Euro-Überraschungs-Show. Es ist der Wahnsinn. Ich bin mir sicher, Wahnsinn geht es auch weiter mit einer faltbaren Reisetasche. Jetzt bin ich mal gespannt. Eine faltbare Reisetasche. Ja, jetzt guck mal. Warte mal ganz kurz. Was meinst du? Du hast ja auch so einen Rauminhalt. Ja, immer in Litern wird das angegeben. Wie groß ist diese Tasche? Zehn Liter? Oh, ein bisschen Platz nach oben haben wir noch. Ehrlich? Ja. Gehen wir noch ein bisschen hoch. 58 Liter. 58 Liter Fassungsvermögen. Das ist ja unfassbar. Das ist eine riesen... Und das so handlich und kompakt eingepackt jetzt hier. Boah, die wird ja immer größer. Guck mal, da passt. Also ich würde jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, da würde Kristen reinpassen. Ja, also das ist natürlich riesengroß. Und das ist natürlich eine moderne Tasche mit Griff oder mit Schultergurt. Und jetzt hier natürlich das Beste steht hier für Urlaub, für Sport, für Outdoor-Aktivitäten. Und das Ganze auch sehr reißfest. Aus Aschaffenburg schreibt uns der Egon, super für die Fahrt in den Urlaub. Die vier Sporttaschen, die sich aufgrund ihrer Größe sehr gut verstauen und die für Aktivitäten sehr gut verwenden. Und aus Stuttgart. Und so passte auch das ganze Gepäck für vier Leute für einen dreiwöchigen Urlaub in das Auto. Ich könnte mir das auch vorstellen, dass du das mitnimmst, wenn du jetzt mal irgendwo hingehst, wo es so richtig schöne Shoppingcenter gibt. Dass du das klein mitnimmst als Tasche im Reisegepäck und dann kannst du es voll machen mit deinen neu erworbenen Dingen. Also auch das ist natürlich ein Vorschlag meinerseits. Also auch für den Sport, für den Strand natürlich klar, ist entsprechend also auch hier vor Staub, vor Sand und so weiter geschützt. Ich sehe hier noch zwei Außentaschen, wo man natürlich auch noch ein bisschen was reinpacken kann. Das heißt, das Volumen wird immer größer hier. Da passt also auch mal richtig was rein. Handy, Schlüssel, Kleingeld und dergleichen. Das Ganze mit Reißverschluss verschließbar. Und hier drin ist auch noch eine kleine Tasche. Vielleicht auch noch mal für ein paar Ausweisdokumente. Vielleicht das eine oder andere Geldstück. Vielleicht haben wir einen Geldschein oder was. Also da ist wirklich reichlich Platz drin. Und mit zehn Liter Fassungsvomögen war ich natürlich komplett dran vorbei. Und das Ganze klein und kompakt zusammengefaltet. Ein ganz toller Artikel. Also kann ich mir vorstellen, dass so etwas an anderer Stelle doch um ein Vielfass kostspieliger ist. Also ich weiß... ... als die zehn Euro in der Zehn-Euro-Berraschungsshow. Sporttaschen, Sporttaschen, die halb so groß sind. Ja, die kosten oftmals 20, 30 Euro. Und ich sage noch mal, das hier passt natürlich überall rein. Und dann kann man es als Reserve mitnehmen. Da sehen wir es, zusammengefaltet und groß. Und jetzt für zehn Euro. Die Bestellnummer ist die NX8622 und die 569. Und Sie dürfen auch hier bis zu fünfmal zugreifen. Man kann eigentlich die ganze Familie damit ausstatten. Ich finde das richtig toll, auch zu Hause. Ich habe hier Sporttaschen. Ja. Mal für Sauna oder Ähnliches. Aber wenn du sie gerade nicht benutzt, stehen sie irgendwo im Riesengroß im Weg rum. Die nebengelegen Schrank weg. Ja, ganz genau. Das ist also eine perfekte Lösung. Von der Größe so eine Art Weekender würde man wahrscheinlich dazu sagen. Vielleicht auch mal für Sauna oder für andere Situationen hervorragend geeignet. Da passt noch mal zwei, drei Tücher, Handtücher oder vielleicht auch mal ein Bademantel hervorragend rein. Das sind schon sehr, sehr schöne Artikel, die wir hier haben in der 10 Euro Überraschung Show. Es kleppert. Bitte? Es kleppert. Es kleppert. Ich habe es nur kleppern gehört. Ist es die Mühle am rauschenden Bach? Nein. Es ist ein Lunatec Nachtlicht. Oh, wir sind sehr lichtlastig heute mit den ersten drei Artikeln. Oh, die ist aber schön. Ja, Moment, Moment. Da ist ein Bewegungssensor drin. Das sehe ich gerade. Ich versuche es jetzt mal einzuschalten. Also Bewegung haben wir. Moment, wo muss ich hin? Auf Dauer. So, Dauer oder auf Automatik. Und bei Automatik gehen die nur an, wenn es dunkel ist und wenn Bewegung vorne dran ist. Und das finde ich natürlich enorm. Gerade wenn du es irgendwo in einem Hausflur, also nimmst zum Beispiel, um den Gang nach Nächten zur Toilette zu erleichtern. Das ist wirklich perfekt und sieht auch richtig schick aus. Die finde ich sehr, sehr schön gemacht mit diesem rot-goldenen Fuß. Ein schönes Warmweiß. Es gibt ein schönes, angenehmes Licht. Das sind zwei Lampen, ganz genau. Das ist ein zweier Set. Zwei LED-Tischlampen mit Bewegungssensor. Das ist völlig recht. Batteriebetrieben übrigens. Hält ewig. Guck mal gerade, ob ich einen Hinweis. Ja, circa 20 Stunden im Dauerbetrieb. Im Dauerbetrieb wohlgemerkt. Und die wird ja nicht den ganzen Tag leuchten. Die stellt man in der Regel dann tatsächlich auf Bewegungssensor ein. Und dann leuchtet sie dann, wenn man sie braucht. Nach circa 25 Sekunden ohne Bewegungserkennung geht sie dann automatisch auch schon wieder aus. Ich finde sie sehr, sehr schön. Der Bewegungsmelde ist übrigens mit vier Meter Reichweite. Das heißt, sie kann es noch mal dort platzieren, wo die jetzt nicht unbedingt drüberläuft. Mal auf dem Treppenaufgang zum Beispiel. Wenn du eine Stufe irgendwo im Raum hast, ist das eine sehr schöne Geschichte. Aber ich finde die so dekorativ mit diesem rot-goldenen Fuß und diesem schönen Warmweiß von der Beleuchtung her. Also ich hätte jetzt eine dieser Lampe für zehn Euro schon als Schnäppchen empfunden. Jetzt haben wir ein zweier Set. Die sehen klasse aus. Sie können es auf Dauerlicht machen, wenn Sie das wünschen. Aber wie gesagt, auch gerne nachts irgendwo hinstellen. Und wenn man da mal auf dem Weg eben, ich sage jetzt mal, bestes Beispiel zur Toilette ist oder zum Kühlschrank. Das machen ja manche auch. Dann stolperst du nicht im Dunkeln. Das Licht geht automatisch an. Und es ist ein angenehmes Warmweiß. Und es geht natürlich auch automatisch dann wieder aus. Und nochmal, bevor Missverständnisse aufkommen, es ist das Zweier-Set. Es sind zwei LED-Tischlampen mit Bewegungssensor, Batteriebetrieb in der Farbgebung Warmweiß. Mit der Bestellnummer NX1458 und der 569. NX1458 und die 569. Normalerweise liegt eine Lampe hier. Und wir können uns das mal bei Pearl.de anschauen. Da schon als Preisschlager deklariert. Knapp acht Euro. Hier bekommen Sie zwei Stück für zehn. Sind also nochmal gut und gerne rund sechs Euro an dieser Stelle gespart. Bestellnummer hierfür für das Zweier-Set ist die NX1458 und die 569. NX1458 und die 569. Für einen sehr, sehr schönen Artikel. Ein Zweier-Set wohlgemerkt. Für gerade mal zehn Euro. Liebe Zuschauer, wenn Sie bestellen möchten, wenn was Schönes für Sie dabei war, können Sie das pro Artikel in unserer Zehn-Euro-Berraschung schon gerne bis zu fünfmal pro Besteller tun. Die Gerufnummer, die Sie wählen sollten, tun Sie natürlich gebührenfrei. Ist die 0800 51 51 und dreimal die Vier. Wir machen weiter. Ich darf wieder wassern. Und wir holen das nächste Produkt. Aber wir sind halt wieder quer durch den Gemüsegarten unterwegs. Campinglampe, Innenbeleuchtung. Und mal schauen, was jetzt auf uns wartet. Aber wir werden es gleich sehen, was uns Christen jetzt vorbereitet hat. Es ist eine 3D-LED-Wanduhr. Oh, wie cool. Und das müssen wir mal anschauen. Oh, das ist ein Schmanker, glaube ich. Jetzt wurde gerade hier an uns eine Stickdose installiert. Da stecken wir es mal ein. Und zwar ist das natürlich so etwas ganz Modernes mit sieben Segmenten, die die Uhrzeit anzeigen. Das Ganze ist dimmbar und hat eine richtig anständige Größe mit 21 Zentimetern. Und das ist natürlich topmodern, das muss man sagen. Da kannst du auf eine größere Entfernung hervorragend die Uhrzeit ablesen. Sieht aber richtig spacig aus hier. Schau mal hier. Wow. Ein sehr, sehr schönes Modell. Natürlich jetzt hier mit permanentem Strom mit der Steckdose versorgt. Auf 24 oder eben 12 Stunden einstellbar. Je nachdem, wie man das entsprechend möchte. Gibt es auch einen Farbwechsel oder sowas? Oder ist die Farbgebung weiß? Nein, hier ist also ein 3D-Look. Das sehen wir durch die Tiefe. Es ist auch dimmbar. Wir können die Helligkeit in drei Stufen einstellen. Auch eine automatische Dimmung nach der Uhrzeit. Also wenn man nachts eben das macht. Dann haben wir einen Wecker drin. Man kann sich also auch ein Wecker lassen. Man kann es hinstellen. Man kann es aufhängen. Da ist eine Aufhängeöse mit drin. Und der Eurostecker ist auch mit dabei. Also alles mit drin. Und das, wow, das finde ich der Wahnsinn. Und Antje aus Mettmann schreibt uns, die Uhr hat ein sehr schönes Design und sieht sehr modern aus. Große Ziffern, die in der Dunkelheit ein gedämmtes Licht abgeben. Die Beleuchtung der Ziffern sind dimmbar. Einfache Bedienung und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Guter Kauf. Und guter Kauf, das kann man hier wirklich sagen, 10 Euro ist der Wahnsinn. Da sehen wir es. Der Wecker. 16.55 Uhr ist der Wecker jetzt gestellt. Da bin ich mal gespannt. Wer am Nachmittag ein... Ja, für manche wird es wichtig sein, dass die Snooze-Funktion noch dabei ist. Höre ich gerade von unserer Regie. Und ich habe mir sagen lassen, hier wären gewisse Damen und Herren, die jeden Morgen 10 Mal die Snooze-Funktion drücken. Oh, da kenne ich auch die eine oder andere Dame, die das ganz gerne mal macht. Die sich auch eine halbe Stunde früher den Wecker stellt, um 10 Mal auf die Snooze-Taste zurück. Machen Sie so, wie Sie das für richtig halten. Und greifen Sie da bitte zu. Ein wirklich sehr, sehr interessanter Artikel für gerade mal 10 Euro an jeder anderen Stelle bei uns im Programm und auch im Katalog. Und dann vielfach kostspieliger. Normalerweise knapp 50 Euro im aktuellen Völk-Katalog. Beziehungsweise im UVP ist die knapp 50 Euro. Im aktuellen Völk-Katalog auch mein Pfiff aus Kostspieliger bei uns in der 10-Euro-Show. Natürlich gerade mal 10 Euro. Ein ganz toller Artikel. Gefällt mir gut. Ja, aktuell im Katalog 19 Euro. Und das ist immer noch die Hälfte gespart. Die Bestellnummer, die NX5704 und die 569. Ich finde, das sieht auch modern aus. Das kann man auch mal ins Regal im Wohnzimmer stellen. Auch bei dem Jugendzimmer, dem Kinderzimmer sieht das sicherlich toll aus. Also das ist wirklich mal ein sehr, sehr schöner Artikel. Und wir schauen mal, was als nächstes kommt. Der Preisalarm. Das heißt, hier ist ein Produkt, welches eigentlich wesentlich hochpreisiger ist. Für Sie heißt das schnell sein und maximal ein Stück pro Besteller. Und jetzt bin ich gespannt. Oh, ein Hubschrapp, Schrapp, 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 Schrapp. Ein Hubschrauber. Das ist der Wahnsinn. Was für 10 Euro so ein Hubschrauber hier? Das gibt es ja gar nicht. Schauen wir mal locker. Jetzt überzeigen Sie 25 Euro normalerweise. Jetzt gucke ich mal, ob ich das, warte mal, Demo, Einschalten. Sie kriegen natürlich eine Bedienungsanleitung, warte mal, der ist, ist der an. Schauen wir mal. Der ist eingeschaltet, der blinkt auf jeden Fall. Jetzt ist er, glaube ich, on. Jetzt, Achtung. Jetzt müsste er, ich bekomme, du brauchst hier eine gewisse. So, ein ferngesteuerter, bitte? Ein ferngesteuerter 3,5-Kanal-Mini-Hubschrauber mit drei Rotoren und Gyroskop. Überragender Flugspaß für Jung und Alt. Sorgen Sie mit dem supercoolen Mini-Hubschrauber für mächtig Wirbel. Mit seinen drei Rotoren braust er wie der Wind kreuz und quer durch Ihre Wohnung oder andere Lufträume. Wir schauen mal, was dieser Artikel bei Pöll.de normalerweise kostet. Ja, da habe ich mir fast gedacht. Also zwischen 20 und 25 Euro natürlich mal eine richtige Ansage. Ich habe 23 Euro aktuell im Pöll-Katalog. Jetzt hier bei uns für gerade mal 10 Euro. Das ist ein Ersparnis von 13 Euro. Also, liebe Väter, liebe Großväter, da sollten Sie auf jeden Fall mal an die Kinder, an die Enkelchen und dengleichen denken. Also, da gehen die Kinder doch mal freiwillig raus und bleiben nicht vor der Playstation oder vom Fernseher oder vom iPhone sitzen. Eine richtig schöne Geschichte hier. Die finde ich hervorragend. Habe ich früher, als mein Sohn noch kleiner war, immer gerne gekauft. Mit bis zu 10 Meter Reichweite, mit LED-Beleuchtung, mit allem, was so ein Hubschrauber können muss. Mit vorwärts, rückwärts, seitlich fliegen, links drehen, rechts drehen, steigen, sinken natürlich. Also, Demo-Modus ist auch noch mit dabei. Und das mit bis zu 7 Minuten Flugzeug. Spitzenklasse. Der Mini-Heli, schreibt unser Kunde Jürgen aus Eisenhütten, der Mini-Heli ist sehr einfach zu bedienen. Der Beschenkte war begeistert. Guck mal. Ich muss jetzt gerade schauen, wegen der Bedienung, aber du siehst es, ja, einfach eigentlich gar nicht so schwer. Drei Kanal, jetzt gehen wir mal ein bisschen hoch und ein bisschen runter wieder. Achtung, komm, ich versuche. Achtung, Achtung. Siehst du, das ist eben das. Das muss man ein bisschen üben. Aber der ist stabil und das ist wirklich herausragend. Einen Hubschrauber. Einfach mal zum Üben für 10 Euro. Ich finde das der absolute Wahnsinn. Und sowas habe ich selten gesehen. Und Sie wissen das selber. Spielwarengeschäft, Hubschrauber, 20, 30, 40 Euro. Die Nix, ja. Wow, das ist wirklich ein tolles Preis als im Verhältnis. 23 Euro bei Pearl, 10 Euro bei uns in der 10-Euro-Berraschungs-Show. Und damit es keine Knatscherei gibt, wenn vielleicht zwei oder drei Kinder oder Enkelchen im Bekannten im Verwandtenkreis sind, würde ich da vielleicht gleich nochmal einen zweiten oder dritten bestellen. Und denken Sie dran, meine Damen, auch wir Männer, wir mögen so etwas zum Spielen. Keinen zweiten und dritten, den Zahn muss ich dir ziehen. Preiserladen. Maximal ein Stück. Achso, entschuldige, ist ein Preiserladen. Maximal ein Stück pro Besteller. Ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Einer. Einer pro Besteller, verzeihung. Aber vielleicht der Nachbarn sagen, komm, ruf auch mal schnell an. Hol dir dieses mega-Schläge. Ja, habe ich im Laufe der Begeisterung gerade ein Stück weit übersehen. Also einer pro Besteller für 10 und nicht für 23 Euro, wie im aktuellen Katalog. Und wir machen weiter mit dem nächsten Artikel, den uns unsere Christen bringt. Du willst ja was zum Spielen haben, oder was hast du dich wieder gut bedient jetzt? Ja, ich bin wieder zufrieden mit meinem Spielzeug. Ich müsste nur die Bedienungsanleitung mal lesen, damit wir das schneller haben. Ich habe gesehen, eine Tastenkombination, aber da steht ja alles immer beschrieben. Jetzt haben wir eine, das ist genau das Richtige für Christen. Eine Handybeleuchtung, oder? So eine Selfiebeleuchtung. Ein Selfie-Ringelicht mit Smartphone-Halterung und Klemmbefestigung. Oh, wie cool. Und produzieren Sie damit jetzt professionelle Videos und schießen Sie perfekte Beauty-Fotos. Also, du steckst das ein und hast jetzt die Möglichkeit, auf der einen Seite dein Smartphone zu fixieren. Guck mal, da sehen wir es. Und hast aber trotzdem die perfekte Beleuchtung durch dieses Ringlicht, ohne dass dieses für Aufnahmen oder auch für Videotelefonie im Weg ist. Ja, und es ist ja tatsächlich immer so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie schon mal eine Videotelefonie gestartet haben. Ob jetzt immer WhatsApp oder andere Messenger-Dienste oder andere Telefonie-Dienste. Man sieht irgendwie immer aus, als wenn man gerade die letzten drei Wochen im Keller verbracht hat. Also, diese komische Handy-Beleuchtung gibt immer einen Turn, wie man so schön sagt, der einfach nur fürchterlich ist. Wenn man hier jetzt einfach diese Handy-Beleuchtung dort anbringt, wo man möchte, an der Tischplatte zum Beispiel oder an der Kante vom Stuhl, dann hat man hier eine perfekte Ausleuchtung. Das heißt, Ihr Gegenüber bekommt also auch mal einen kleinen Eindruck, wie Sie wirklich aussehen und nicht über so eine komische Handy-Kamera gemacht. Eine sehr coole Geschichte. Kristen hat es gerade angeschlossen. Jetzt nur noch dran klemmen, dran pitchen an eine Stuhlkante, an eine Tischkante zum Beispiel und man ist perfekt ausgeleuchtet. Ja, und ich habe hier noch eine andere Anwendung und zwar für alle, die im Internet gerne Sachen verkaufen. Wilma aus Flensburg schreibt uns, ich benutze diese Simikon-Ringleuchte zusätzlich beim Fotografieren meiner Shop-Produkte. Durch die einfache Verstellbarkeit des Lichts mit dem Schwanenhals lassen Sie sich sehr schön und gezielt Lichtpunkte auf das zu fotografierende Objekt setzen. Also, bestens ausgeleuchtet und je besser ein Produkt, das man verkaufen will, aussieht, desto besser verkauft sich es auch. Also, auch dafür ist es zu nutzen. Offiziell ist es ein Selfie-Ringlicht oder auch Videotelefonie-Licht. Und wir haben auch drei Lichtfarben, also Warmweiß bis Tageslichtweiß. Oh, das auch noch. Ich finde das der Wahnsinn. Die Bestellnummer, das ist die NX7694 und die 569. Und wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 37 Euro. Jetzt hier und heute für Sie 10 Euro. Und das Schöne ist, Carsten, da kann man auch mehrfach zugreifen, weil hier dürfen Sie wieder bis zu fünfmal bestellen. Ja, das ist also wirklich der Wahnsinn. Und ich glaube Videotelefonie und Selfies ist sehr froh. Das ist ein Riesending und das nicht nur bei Teenager, bei allen, die ein Smartphone haben. Sie kennen das gerade in den letzten Monaten, hat mal viel Videotelefonie betrieben. Wir hauen wieder auf den Buzzer. Okay, dann hauen wir den Buzzer. So, und guck mal, was als nächstes kommt. Ich fand die Idee mit der Beleuchtung, wenn es um Artikel geht, die verkauft werden sollen, eine hervorragende Angelegenheit. Was geht denn hier ab? Das sind ganz spezielle Rückenentlastungkissen aus Memory Foam. Du musst mir jetzt nur sagen, wie die genau heißen. Rückenentlastung? Ja, und zwar, wenn sich Christen jetzt hinsitzt, du setzt dich drauf und hast automatisch eine geradere Körperhaltung. Tatsächlich, also ein Ringsitzkissen, so wird es genannt. Ein ergonomisches Ringsitzkissen aus Memory Foam mit Gelbeschichtung. Sorgen Sie für spürbare Entlastung. Der Sitzring kann dabei helfen, Druck von Becken, Steißbein und Wirbelsäule zu nehmen. Dank kreisförmiger Öffnung ist er ideal bei Rückenschmerzen, Hämorrhoidenleiden oder Steißbeinverletzungen. Ich wollte gerade sagen, so etwas Ähnliches habe ich da schon mal an anderer Stelle gesehen. Aber normalerweise kriegst du so etwas im Fachhandel. Aber bestimmt nicht für 10 Euro. Auf gar keinen Fall. Natürlich nicht nur zu nutzen jetzt auf solchen Möbeln. Das ist auch im Büro, also Bürostuhl, aber auch beim Autofahren. Also eigentlich überall, wo man länger sitzen muss. Und ich weiß, Sie wissen das zu Hause am besten, wenn Sie Probleme beim Sitzen haben. Hämorrhoiden war so ein Beispiel. Ja, das kann sehr unangenehm sein. Hier wird das entlastet. Aber es ist auch präventiv, um eventuellen Rückenschmerzen vorzubeugen. Ich glaube, durch die gerade Sitzhaltung und die Entlastung kann man da eben etwas vorbeugend arbeiten. Und ich glaube, Rückenleiden ist auch kein Fremdwort für die Jüngeren. Das geht durch alle Altersklassen durch. Volkskrankheit Nummer 1. Ja, richtig. Ich habe Rücken. Immer das gleiche Spiel. Wir schauen uns auf Pearl.de. Was der reguläre Preis ist. 23 Euro. Das ist schon günstig. Ja. Und ich bin mir sicher, ja, ich höre gerade unverbindliche Preisempfehlung. 50 Euro. Und da darf man ruhig die ganze Familie ausstatten. Übrigens, positiver Nebeneffekt noch für die Damen, die oftmals beim Autofahren etwas klein sind und nicht über das Lenkrad schauen. Hier entlassen Sie nicht nur Ihren Rücken. Sie sitzen dann auch etwas höher und können problemlos auch über das Lenkrad schauen. Ja, das lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen. Da würde dir jemand anders wahrscheinlich entgegenspringen. Aber du hast völlig recht mit deiner Argumentation. Die Nutzerin des Kissens ist absolut zufrieden, schreibt unsere Kunde die Maggie aus Eitelborn. Sie hat kaum noch Beschwerden beim Sitzen. Wenn Sie das auch vermeiden möchten, dann tun Sie das bitte mit Ihrer Bestellung unter der Bestellnummer NX3157 und der 569 Bestellnummer ist die NX3157 und die 569. Der Preis liegt hier bei gerade mal 10 Euro. Auch da kann man natürlich gerne auch mal häufiger zugreifen. Gerade jetzt auch so in der Urlaubssaison, wo man sicherlich auch mal mehrere Stunden im Auto sitzt, kann das sehr, sehr unangenehm sein. Egal mit welchen Beschwerden man da zu kämpfen hat. Das ist eine angenehme Sitzposition, das ist ein bequemes Sitzen und beugt sicherlich auch mal den einen oder anderen Erkrankungen deutlich besser vor als manch anderen. Ich könnte mir das auch vorstellen, aber wir buzzern erst mal und holen das nächste Produkt. Ich könnte mir das auch vorstellen für lange Bahnfahrten, für Brustraum oder auch für einen Flieger. Ja, da sitzen wir auch nicht ganz immer so ganz optimal. Also einfach mitnehmen. Und es geht weiter mit, das ist ein Leuchtturm für den Garten. Und zwar ein Solarleuchtturm mit LED-Licht und drehendem Reflektor. Also oben sehen wir die Solarzelle und da drinnen, wenn du es kurz mal abnimmst, müsste ein Anschalter sein. Und wenn es dann, wenn sie es einmal eingeschaltet haben, saugt es sich tagsüber voll mit Energie. Und abends, sobald es dunkel wird, geht, da sehen wir es, der Reflektor an und ein leichtes, sanftes Licht wird im Garten verteilt. Also ich kann mir das gut vorstellen, gerade für Leute, die so ein kleines Teichchen haben irgendwo, dass man das hinstellt, aber auch ohne Teich. Das ist doch wunderschön hier. Ich kann schon sagen, ich habe einen Leuchtturm im Garten. Ja, da brauchst du normalerweise sehr viel Platz und in der Regel irgendwie eine Insel oder sowas für. So ein kleiner Leuchtturm ist doch wunderschön, wenn Sie einen Teich haben, wenn Sie einen Garten haben, vielleicht auch mal als Blumendekoration für die Blumenkästen draußen. So was ist doch wirklich wunderschön, hat so einen maritimen Touch, vielleicht auch mal im Treppenaufgang oder mal an der Wohnungstür zum Beispiel, wenn Sie dann eine gewisse Affinität haben. Und dadurch, dass wir jetzt eben hier das Solarpanel mit drin haben, lädt sich der Akku automatisch voll. Steht da was von einem Bewegungsmelder, dass er automatisch angeht? Nein, bei Dämmerung geht er automatisch an. Also im Sommer kann man sagen, die ganze Nacht, weil wenn der Akku vollgeladen ist durch die Sonne, dann leuchtet das sechs Stunden. Schön gemacht. Im Sommer haben wir keine längeren Nächte als sechs Stunden. Das ist richtig. Im Winter ist das natürlich auch toll. Und da holst du dir so, ich tue das ja immer nach Norden. Also ein Stück Norden holst du dir im Garten für viele ein Stück Heimat, für andere ein Stück Urlaub. Ja. Ich glaube, es ist halt immer die Sehnsucht nach dem Meer, weil Leuchtturme gibt es ja eigentlich nur auf dem Meer oder ganz großen Seen. Ich habe nämlich neulich einen Bericht gesehen über den Michigensee. Ja gut, der ist ja schon fast so groß wie ein Meer. Da gibt es auch Leuchtturme, ja. Aber ein sehr, sehr schönes Motiv, bringt so ein bisschen Urlaubsatmosphäre rein, ist sicherlich schön. So gerade dieses Maritime mögen wir doch alle ganz gerne. Wir haben jetzt so viele Monate zu Hause gesessen, wenn wir uns da ein Stück weit vielleicht also auch den Urlaub nach Hause holen können, mit ein bisschen Dekoration für gerade mal zehn Euro, sollte man das meines Erachtens tun. UVP liegt hier bei knapp 30 Euro, halte ich schon für sehr, sehr knapp bemessen. Da würde ich an anderer Stelle wahrscheinlich auch nochmal ein paar Euro mehr für bezahlen. Aber es muss nicht sein, Sie können den für zehn Euro in der Zehn-Euro-Überraschungsshow haben. Und ich finde, das ist wirklich mal ein sehr, sehr schönes Motiv. Geschlecht mir gut. Ja, und das schöne Motiv ist endlich auch bezahlbar, ist natürlich auch außentauglich. Logisch, das Material hält auch mal Wind und Wetter aus. Die Bestellnummer ist die NX 1522 und die 569. Wollten Sie nicht immer schon mal Leuchtturm-Werter werden? Ja, jetzt haben Sie den eigenen Leuchtturm. Und wenn es natürlich Ihr Garten herlässt, gerne auch zwei oder drei bis zu fünfmal dürfen Sie auch hier bei diesem Leuchtturm zugreifen. So, und es geht weiter, wir buzzern und Christen ist heute die ganz schnelle, merken Sie das eigentlich immer, wie schnell sie wieder weg ist von der Bühne und das nächste Produkt richtet. Ratzi-Fatzi geht das hier. Und dann bin ich gespannt. Und Sie denken bitte daran, die 10-Euro-Show ist natürlich für alle unsere Neukunden keine Eintagsfliege. Die gibt es jeden Tag um 19 Uhr und immer um 17 Uhr die 5-Euro-Überraschung-Show. Das habe ich meinem Enkel geschenkt. Das habe ich meinem Enkel geschenkt. Das ist sensationell. Schade, dass wir jetzt kein Handy und kein USB-Stick haben. Das ist nämlich ein Karaoke-Mikrofon. Und da hast du jetzt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst das einschalten, kannst Echo reinmachen, die Musik einschalten und man hört es, glaube ich, wenn man hier nur mal ganz trocken reinsinkt. Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein Lautsprecher. Und ich habe jetzt unten ein bisschen Hall reingemacht. Beim Singen hört sich das gut an. Und jetzt kannst du eben Playbacks über USB-Stick reinmachen, über USB-Stick oder sogar per Bluetooth mit dem Handy. Und dann kann man mal so ein bisschen Elvis ohne Musik jetzt mal, probieren wir es mal. Ich weiß jetzt nicht, wie es über mein Mikro und das klingt. Aber ich gehe mal auf maximale Lautstärke. Wise men say, only fools rush in. Für Kinder. Einen riesen Spaß, ich kann es Ihnen sagen. Und beim Handy hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, es gibt ja heutzutage kostenlose Lyrics mit Lyrics. Ja, auf dem Handy liest man den Text, hier singt man mit. Das klingt prima und ist akkubetrieben. Ist ein Spielspaß für die ganze Familie. Man belästigt auch die Nachbarn nicht. Das ist ganz wichtig. Hier bist du in einem Lautstärkenbereich, der angenehm ist. Hier oben sehen wir natürlich auch, dass ich hier weiterschalten kann. Hier ist der Lautsprecher. Es klingt einfach gut. Carsten, willst du auch mal ein bisschen singen? Nee, besser nicht. Du weißt, ich brauche mindestens ein Schreibwort-Kalemann dazu, bis ich Karaoke singe. Just a few. Christen, komm, reif, reif. Okay. Oioioi. Okay. Jetzt kommt Britney Spears. Hit me baby one more time. Okay, es war Britney Spears. Hit me baby one more time. Wer hat sich überlegt, was man für einen Aufwand betrieben hat, noch vor kurzer Zeit, um tatsächlich Karaoke singen zu können. Mittlerweile koppelst du hier kabellos ganz einfach dein Handy ran, lässt das Ganze ganz einfach durchlaufen und singst hier einfach mal mit. Und das hat unsere Kundin Tanja aus Gütersloh also genauso empfunden. Es war ein riesen Party-Spaß, schreibt sie uns. Das Koppel mit dem Telefon ging super einfach. Natürlich Spitzenklasse, was wir hier gerade anbieten. Schöne Geschichte mit verschiedensten Möglichkeiten. Fünf Schieberädler für die Einstellungen, also Höhen, Besse, Echo, Stimmlautstärke, Musiklautstärke und einfach mal ein riesen Gag, was wir hier tatsächlich für die nächste Gartenparty, für den nächsten Geburtstag für Sie bereithalten. Das Sitzkissen übrigens gerade, liebe Zuschauer. Sehr beliebt bei Ihnen, der Wolfgang hat zugegriffen. Vielen Dank für Ihre Bestellung bei Pöl TV. Hast du gerade das nicht gehört? Your Man, ja? Das ist, also Christen liebt Countrymusik. Das war Your Man, original viel größer gesungen. Wie geht die erste Zeile der First Words of the Song? Baby lock the doors and turn the lights down low. Baby lock the doors and turn the lights down low. Also riesigen Spaß für Sie, für Ihre Familie, für die Enkel. Es war sie schon wieder, unsere 10 Euro Überraschungsshow. Sagst du uns bitte die Bestellnummer noch? Sehr gerne, die ZX 1713 und die 569. Die ZX 1713 und die 569, die Bestellnummer für das Karaoke-Mikrofon. Damit sind wir am Ende unserer 10 Euro Überraschungsshow angekommen. Wir hoffen, Sie hatten Spaß und bleiben Sie ganz einfach bei uns. Es geht direkt weiter. Bis gleich.